Mach den Never-Gonna-Give-You-Up-Tanz. Kann ich den? Ups. Hab ich einfach im Spiegel, Rick-Rolled. Freunde, zum ersten Mal seit zwei Jahren Fortnite. Let's go. Shifty, Ehrenbruder Shifty, Mifty war einfach nur beste. Das waren gute Zeiten. Mit Tobi, Skymini und Chrometheus, dem Victory Royale. Jawohl, Freunde, das ist der Will. Victory Royale. Kymerastrahler. Okay, was ist das hier überhaupt erstmal? Okay. Was ist das? Was kann das? Das macht Schaden. Ah, okay. Dann nehme ich doch lieber eine AK. An dein Aquarium brennt. Ja, ja, ja. Ist das Rick von Rick and Vorty? Oh mein Gott! War das gerade Rick? Ich war gerade so abgel... Ich war gerade so abgelenkt, das ist einfach Rick. Ich will den auch haben. Der ist im Battle Pass jetzt gerade. Motti ist im Shop für 1500 V-Bucks. Oh, na. Freunde, ihr kennt mich. Ich bin kein Freund davon, Geld in Spiele reinzupumpen, so mikrotransaktionstechnisch. Aber ich muss sagen, so ein bisschen Spaß habe ich ja schon, ne? Wieder alles neu zu entdecken, ist schon ziemlich cool. Wenn man es ganz genau nimmt, spiele ich jetzt gerade... Bin ich gerade fast gestorben? Lull. Endlich meine Chest. Boah, die Oldschool M4! Fett! Warum baut der nicht? Warum baue ich nicht? Okay, das kann ich alles nicht mehr. Schade. Boah, die... Komm schon! Ah ja! Ey! Erster Kill des Abends, Freunde. Wow! Wichtig! Mann! Mann, bin ich lost! Ich bin doch so richtig schön lost auf Oldschool-Basis, Freunde. Kurzer Hinweis, in den AGB auf eurer Website bei Paragraph 2 ist euch ein Fehler unterlaufen. Habt ihr in einer langweiligen Schulstunde durchgelesen. Na, dann suchen wir mal nach dem Fehler in unserer AGB. Vertragsschluss. Der... Das ist tatsächlich ein Fehler. Das ist kein Fehler. Das ist eine Spongebob-Referenz, Freunde. Das soll so. Mach's doch Runden mit deiner Community. Weißt du, meine dritte Fortnite-Runde in meinen Streams ever. Seit zwei Jahren. Mati, wann spielst du wieder mit der Community? Mann! Lass mich doch mal erst mal wieder reinkommen ins Spiel. Eigentlich könnt ihr einen Counter einbauen, wie oft ich... Oder ein Trickspiel draus machen. Jedes Mal, wenn ich in diesem Stream Oldschool rufe. Einen Shot. Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Echt super. Ich nehme lieber die grüne Acker als die blaue Impulsgewehr. Das war doch eindeutig ein Bot, oder? Ja, ja, ja. Was ist das? Kugel, ja? Aber... Drücke zum Aktivieren in der Luft die Sprung-Taste. Ähm... Was ist das denn? Habe ich das jetzt ewig? Ich kann rumkugeln. Das ist sehr weird. Ist ja seltsam. Oh, ein Lami! Jawohl! Ein Lami! Die Lamis können jetzt laufen? Was ist mit den Lamis passiert? Warum hat das so viel Leben? Ah! Das war dann wichtig. Oha, guck mal. Auf Transparent. Er gibt gar keinen Sinn, dass das dann transparent ist. Als ob der den Greenscreen so krass spiegelt jetzt hier. Was bedeutet das? Bin ich jetzt tot? Ah, er hat mich ins Wasser geschmissen. Ehre. Ey, was mache ich gerade? Ich kaufe irgendwas. Ich habe Schrauben gekauft. Ohne Ende. Warum? Weiß ich nicht, Digga. Bye, have a great time. Hat er gerade diesen Charakter mitgenommen? Ey, mach doch nicht diesen. Oh, Sheep Rake. Ja, okay. Ah ja, der Tobi. WTF, was habe ich verpasst? Ich habe mir vorhin random gedacht, weißt du was? Ich installiere jetzt einfach mal Fortnite wieder und ich gucke, was passiert. Ja, und das hier passiert gerade. Da machen wir die Tür direkt wieder zu. Äh, hinter mir bitte. Danke. Kann man das kaputt schießen? Hat das viel Leben? Chill, Bro. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ah! Oh, das gibt ja Ultra-Schaden. Chilis machen dich schneller. Isst eine Chili. Objektwandler? Ist es das, was ich glaube, was es ist? Es ist nicht das, was ich glaube, was es ist. Okay, wir müssen in die nächste Zone. Bruder, also das ist schon ein bisschen sehr befremdlich. Kann ich mich auch in was anderes verwandeln als eine Blume? Ja, Haus. Ich bin eine Hütte. Eine schwimmende Hütte. Oui. Ja, keine Hütte. Oui. Was ist das denn? Kann ich in so ein Auto jetzt einfach einsteigen? Never. Yo. Man kann jetzt Auto fahren? Einfach GTA? Ist das Ed Sheeran? Ist das Copyright-geschützte Musik? Tanke Fahrzeuge mit Benzin auf. Ah, okay. Ich kipp das da einfach drauf und dann fühlt sich das automatisch. Alles klar, Spiel. Alles klar. Und dann explodiert das. Okay, das wiederum wäre cool. Äh! Hä? Was ist passiert? Was ist geschehen? Warum bin ich denn jetzt im Sturm? Tobi und Matti, du. Tobi, was machst du gerade? Wollen wir ein Duo-Win holen? Nee. Was ist aus diesem Spiel geworden? Was passiert hier? Bro. Mach nicht diesen, Bro. Ich habe eine Tag. Okay. Okay. Hat der gerade versucht, mich zu no-scopen? Der dreckige. Diese dreckige kleine P***. Wollt der mich gerade wirklich no-scopen? Angeber. Was war das denn? Kann ich das jetzt essen? Yo. Ich konnte es wirklich essen. Ist ja seltsam. Hallo da. Hä? Wer bist du? Ein Alien-Wildschwein. Lange. Neuer. Er. Acht. Wow. Du hast 100 Likes mehr? Ich habe 100 Nike Air Digga. Yo. Der geht ja noch schneller. Wenig Treibstoff. Ach, deine Mutter. Für die Umwelt. Kein Treibstoff mehr. Ende. Aber ich kann doch einfach drin sitzen bleiben, oder? Erstmal so ein bisschen für die... Protection. Drei Gegner sind noch da. Drei Gegner. Drei Leben. Ist ja komplett OP, die Waffe. Danke, Jones, für das verschenkte Sub. Kuss geht raus. Ja, schade. Leider keine Metz gehabt am Ende. Sorry. Ich habe Geschichte geschrieben. Du wurdest beschenkt von... Öffnen. Ich bin der Heftigste. Ich bin der Heftigste.